Ich bin Nicola Marvin, ich bin 20 Jahre alt, bin Elektroniker beim Plaza Antara. Ja, es war immer schon ein Kindheitstraum eigentlich und wie jeder kleine Junge, will eigentlich auch in einem Feuerwehrauto sitzen und beim Ferienpass hat es sich die Chance gegeben dann einmal und das hat mir eigentlich so getaugt, dass ich dann zur Jugend dazugegangen bin. Meine Jugendzeit in der Jugend war eigentlich ganz cool, weil es war immer was zum Touren, von irgendwelchen Wissenstestabzeichen, Erprobungen, Leistungsabzeichen, meinen alten Jugendbetreiberin geworden. Ja, aber es war im Großen und Ganzen eigentlich eine leihwande Zeit. Ja, einfach wegen der Kameradschaft, es ist wie eine zweite Familie da. Wurscht was ist, wenn du den am 3. Früh anrufst, der steht auf der Marten und das dauert mir an der Feuerwehrdamsberg. Der Zusammenhalt, der ist, ich kenne keinen anderen Feuerwehrder, wo der so da ist und ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass du uns dazu gehst.